Der Mythos des Deutschlandachters ist geboren in den 1960, 1959 mit Makronen, und den ersten Olympiasiege des Deutschlandachters 1960 in Rom. Danach gab es drei weitere Olympiasiege, sehr viele Weltmeisterschaftstitel, sehr erfolgreiches Boot. Gerade in den letzten zehn, zwölf Jahren war der Deutschlandachter eigentlich kaum zu bezwingen. Ja, das Besondere ist zum einen, dass der Deutschlandachter jetzt über zig Jahre, Jahrzehnte schon international immer an der Spitze war und sich einen Namen in Deutschland erarbeitet hat, der schon in die 50er Jahre zurückgeht. Zusätzlich kommt natürlich diese Faszination. Wer jeweils auf dem Wasser gerudert ist, alleine oder im Zweier oder zum Teil auch im Vierer, der kann nur einen Bruchteil erahnen, wie krass das ist, wenn man mit acht Leuten zusammenrudert. Das Boot ergibt eine andere Geschwindigkeit. Auf dem Wasser ist das sowieso nochmal ein ganz anderes Gefühl, das man dann hat auf dem Wasser. Und wenn man dann acht Athleten hat, die zeitgleich das Gleiche tun und eine gewisse Bootsgeschwindigkeit erreichen, ist das für diesen Sport und das vor allem Synchron schon sehr, sehr besonders. Dieses Boot wiegt eine Tonne mit allem zusammen. Eine Tonne, die muss irgendwie vorangebracht werden. Und wenn man acht Athleten plus Steuermann hat, muss man das sehr geschickt aufteilen, um diese Masse vorwärts zu bewegen. Zusätzlich kommt in Deutschland auch hinzu, dass das mediale Interesse, wenn man im Achter sitzt, natürlich schon mal erheblich größer ist als in vielen anderen Bootsklassen. Und ja, dieses Gesamtpaket ergibt dann einfach eine gewisse Faszination und eine gewisse Leidenschaft. Dateien! Planion! holend! Heute sind wir auf dem Ruder Ergometer 500 Meter gefahren, da geht es jetzt darum wer die schnellste Zeit fährt kann sich am Sonntag die die beste Bahn für die Langstrecke aussuchen und in dem Fall wäre das dann die Innenbahn somit dass die erste Kurve schön schneiden kann das macht schon immer viel aus ja das Programm hier ist natürlich sehr unterschiedlich also gestern Abend war der Sprint auf dem Ergo über 500 Meter Teamsprint das fordert eben den Power und maximale Ausbelastung über kurze Zeit dann heute 400 Meter heute Nachmittag im Boot auch das noch mal ganz Kurzzeit Power Sprint hohes Tempo gehen und dann ist am Sonntag eben ein völliges Kontrastprogramm man muss über lange Distanz über 30 Minuten je nach Wind ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger volles Tempo gehen über die 12,7 Kilometer und das ist natürlich eine ganz andere Herausforderung da spielt auch mental einiges eine Rolle weil man natürlich da merkt wie die Erschöpfung so langsam eintritt und man trotzdem noch ziemlich einen weiten Weg vor sich hat llor 4 Juni Back Sch Vent 寶 4 6 6 5 4 Ja, war super. War sehr schön. Ich kann es ehrlich sagen. Was knapp ich stand am Start, habe ich nicht gesehen. Am Start fangen wir doch alle gleich auf. Ja, der Aufwand Mannschaft und insbesondere Boote durch Europa zu schicken ist schon enorm. Also Mannschaft, klar, fliegt mit dem Flieger oft zu den Wettkämpfen. Aber die Boote müssen ja auch von einem Ort zum nächsten kommen. Also von Dortmund dann nach Luzern, nach Posen, wo wir zuletzt waren, oder hier nach Rendsburg. Die werden mit dem Bootstransport gefahren. Das ist oft der Markus Schmitz, unser Bootsmeister, der dafür zuständig ist. Der auch im Trainingslager fährt nach Portugal. Dann ist er oft drei Tage unterwegs, eine Tour, und dann muss er die Boote wieder abholen. Ja, das ist schon ein enormer Aufwand. Tokio, wenn wir nach Tokio fahren fliegen, ja, da wird es dann wohl so sein, dass die Boote mit dem Container verschifft werden müssen. Das heißt, ein paar Monate, zwei Monate vorher vielleicht, müssen die Boote in den Container verfrachtet werden. Hier in Europa müssen wir dann mit dem zweiten Boot fahren und dann erst in Tokio mit dem eigentlichen Olympia-Boot fahren zu können. Das ist schon ein großer Aufwand. Man kann das auch per Flugtransport rüberfliegen lassen. Nur das ist dann ein sehr großer Aufwand. Ja, eigentlich sollte hier heute nur ein knappes 400 Meter Sprintrennen stattfinden. Das allerdings durch mehrere Hürden dann doch etwas komplizierter wurde. Zum einen hatten wir so einen Bootschaden oder einen kleinen Defekt am Boot. Den mussten wir dann kurz mal so 20 Minuten vorm Rennen noch beheben auf dem Wasser. Das war nicht so ganz einfach. Dann hatten wir, was ja auf dem Kanal auch mal passieren kann, dass hier so ein, zwei Schiffe durchfahren und die eine relativ große Welle werfen. Und wenn wir die Welle dann abfangen und das Wasser bei uns im Boot ist, dann kommen wir halt keinen Meter mehr vorwärts. Deshalb mussten wir das Wasser auch noch kurzzeitig ausschöpfen. Ja, und dann zum Höhepunkt am Start führte uns dann quasi so der Starthelfer, der das Boot festhält und ausrichtet. Ja, und die Bojenkette war auch nicht ganz gerade ausgerichtet. Das heißt, wir mussten auf diesen 400 Meter noch eine leichte Kurve fahren. Und das alles zusammen hat heute den ganzen Wettbewerb etwas verzerrt und ein bisschen das komplizierter gemacht, als wir uns das vorgestellt haben. Trotzdem gewonnen. Ja, genau. Also die Polen haben im ersten Rennen stark Druck gemacht. Da waren wir noch ein bisschen hektisch unterwegs. Konnten das auch nur mit einer, glaube ich, einer halben Sekunde oder so gewinnen. Im zweiten und entscheidenden Rennen haben wir uns dann knapp mit über eine Sekunde nach vorne gelegt und uns dann auch relativ souverän nach Hause gebracht. Die Sachen, die wiederkehren, sehe ich nicht so aus. Nicht nur als Ritual, sondern die haben sich eingebürgert, weil sie uns in den richtigen Zustand versetzen, um erfolgreich zu sein. Also typischerweise gehen wir eine Stunde vorm Rennen einlaufen. Das machen wenige Mannschaften. Also andere, die uns sehen, würden sagen, einlaufen ist ein Ritual für euch. Und kann man darüber diskutieren, weil wenn wir fünf Minuten irgendwo hinlaufen, dann sind wir nicht deswegen automatisch perfekt vorbereitet. Aber es ist für uns wie der Startschuss. So, okay, jetzt gehen wir über von einer Phase, wo wir entspannt sein können, zu einer Phase, wo wir uns konkret auf ein Rennen vorbereiten. Und ein Außenstehender würde das als Ritual bezeichnen. Für uns ist es mehr was, wir haben das eingespielt, wissen, dass das gut funktioniert, um uns in die richtige Richtung zu bringen. Und so laufen dann eigentlich so die letzte Stunde, manchmal auch die Tage davor, also wann trifft man sich zu einer Rennbesprechung. Das läuft dann irgendwann relativ gleich ab, wenn eine Mannschaft das für sich gefunden hat, was der beste Ablauf da ist. Und so ein Ritual, wo sich alle nochmal abklatschen oder was, das entsteht automatisch. Und ich könnte das selber nicht sofort erkennen. Und da hat auch jeder ein anderes. Der Hannes ist ja Schlagmann. Für ihn ist das wichtig, der geht meistens vorm Rennen bei jedem nochmal vorbei und klatscht ihn nochmal ab. Weil er natürlich vom Heck, er sieht keinen mehr in dem ganzen Rennen. Und ihm scheint das Wichtigste zu sein, jedem nochmal sozusagen die Hand zu geben. Uwe macht das ähnlich als Trainer. Ich mache das zum Beispiel nicht oder andere machen das nicht. Und so hat auch jeder so ein bisschen seine eigenen Marotten, die er da reinschleppt. Und wenn das, sagen wir mal, mannschaftsdynamisch gut läuft, dann ist das sehr in Ordnung so. Juhu! Wollen wir kommen? Ho! Guck, jetzt fahren Sie zu dritt. Hier ist es. Hier sogar. Ja, das Entscheidende ist bei dem Rennen hier, dass wir mit vier Booten oder in diesem Jahr auch nur drei zeitgleich starten. Und dann halt entscheidend eher ist, wer zuerst den Bug nach vorne kriegt. Das heißt beziehungsweise das ganze Boot in die Führungsposition, um die Innenkurve zu bekommen. So nach drei Kilometern ist ungefähr die erste Kurve. Und wer da natürlich vorne ist, wird das Rennen meistens auch entscheiden. Und dementsprechend muss man halt mit Vollgas von vorne losfahren. Und dementsprechend hat das auch nicht viel mit Einteilen der Kräfte zu tun, sondern man muss halt offensiv angehen und dann hoffen, dass es bis hinten irgendwann reicht. Und da hat das ja nicht viel mit Taktierei und Einteilen der Kräfte zu tun. Wir haben ja auf 2000 Meter unsere Ausbelastung normalerweise. Und das ist hier ungefähr das Gleiche. Wir fahren also von den Pulswerten am oberen Limit, was man sich halt einfach bei jedem individuell am oberen Limit so vorstellen kann. Bei mir ist das dann um die 200. Bei 1-2 aus der Mannschaft ist dann eher bei 190. Aber wir gehen relativ zügig auf diese Grenze zu und versuchen dann da immer in der Ebene zu bleiben, um wirklich das Bootstempo, die ersten Kilometer wirklich zu halten. Und was an der ganzen Geschichte so kritisch ist, dass wir dann zwischendurch so ungefähr alle 1000 Meter nochmal so eine Belastungsspitze setzen, um den Gegner halt mürbe zu machen und dann auch vorbeizuziehen. Und das bedeutet dann auf diesen hohen Pulswert und den Laktatwert, den wir dann schon gebildet haben, nochmal eine Spitze drauf. Und das zerreißt einen total. Vail ist." » Oh Gott, oh Gott!« Untertitelung. BR 2018 Applaus Das Rennen verlief dann nach unseren Vorstellungen, also wir sind sehr offensiv losgefahren. Wir konnten uns dann auch relativ schnell, so nach 1,5 Kilometer, 2 Kilometer von unseren polnischen Konkurrenten lösen. Und sind dann mit einem super Tempo so knappe 4 Kilometer gefahren. Dann dreht ihr der Wind ein bisschen schräg auf Gegenwind. Das hat unfassbar einen Körner gekostet, so bis Kilometer 8, 8,5. Und auf der Zielgeraden, die dann so fast 2,5 Kilometer ist, konnten wir dann nochmal richtig Topspeed fahren. Hat dann aber leider nicht mehr für den Streckenrotrekord gereicht. Allerdings konnten wir dann nochmal ein bisschen Pulver verschießen. Applaus Wie fandest du das Wochenende jetzt? Relativ langweilig. Da hat keiner kollabiert oder aus dem Boot gefallen. Das ist schon wie gehofft, ne? Ja, das bin ich enttäuscht. Aber du ja auch. Nee, ganz geil. Du hast mir gesagt, du hättest das schön gefunden, wenn einer aus dem Boot kippt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, don't make me whole